Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüsse Sie zum mutmasslich letzten Mal aus Vietnam. Geniessen Sie also den Ausblick hier, den immer noch tropisch sonnigen frühmorgendlichen Ausblick, da etwas jetzt gleißend im Hintergrund auf das Meer in der Nähe von Tanang. Zum letzten Mal begrüsse ich Sie aus Vietnam zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 2. Mai 2024. Es gilt Abschied zu nehmen, von Trennungsschmerz erfüllt treten wir die Heimreise an, die Ferien gehen unwiderruflich zu Ende. Das ist schade, ich wäre gerne noch ein paar Tage länger geblieben, doch vor allem möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich alle haben mitnehmen lassen auf diese improvisierten Expeditionen in Südostasien. Das war so nicht geplant gewesen. Ich hatte nicht vor, damit Sonderprogrammen und Sondereinschaltungen zur Geschichte sie zu behelligen, doch es hat sich dann so ergeben. Es hat mich fast überfallartig gepackt, die Geschichte und vor allem die Geschichte des Vietnamkriegs, die mir ja in vielerlei Hinsicht so erschreckend parallel erscheint zu dem, was wir heute erleben in diesen kriegerischen Kampf- und Konfliktschauplätzen, die heute zu reden und zu denken geben. Nichts Neues unter der Sonne, der alte biblische Spruch bewahrheitet sich wieder einmal. Natürlich gibt es viele Unterschiede, gibt es viele Differenzen, aber die Konstanten scheinen mir doch augenfällig. Und der Vietnamkrieg sozusagen als Chiffre der Vergeblichkeit, der Verblendung auch des kriegerischen und verbrecherischen Überschiessens selbst bester Absichten, das ist nach wie vor natürlich ein Merkmal immer wieder, wenn Menschen auf andere Menschen stossen. Wir haben eben doch mehr Probleme, als wir uns das vermutlich zuzugeben bereit wären. Wir haben mehr Probleme, uns eben mit anderen Entwürfen, anderen Zivilisationen und anders gerichteten Interessen ins Vernehmen zu bringen, als uns das eben lieb wäre. Wäre man neigt dazu, den eigenen Standpunkt zu verabsolutieren, zu verbetonieren und wenn es zu Konflikten kommt, ja, dann kann das eben sehr schnell zu einer radikalisierenden, zu einer sich selbst entfesselnden Dynamik führen. Vietnam, der Abgrund des Vietnamkriegs, der steckt natürlich heute überall, auf allen Seiten möchte man ihn erkennen. Man erkennt ihn natürlich auch beim russischen Präsidenten Putin, der sich zu Beginn des Jahres 2022 vermutlich allzu sicher gefühlt hat, nicht damit gerechnet hätte, dass da ein langes, zähes und auch verlustreiches Geschehen da für die Russen sich ergeben würde. Der dachte vermutlich, nehme ich an, wir wissen es ja nicht, aber sie dachten vermutlich, da relativ leicht im Handgalopp durchzukommen. Genau gleich die Amerikaner, damals im Vietnamkrieg, auch sie waren der Auffassung, ja, gegen diese unterentwickelte Zivilisation, gegen diesen Failed State Vietnam, wenn wir da kommen mit unserer ganzen militärischen Prachtentfaltung, da kann überhaupt nichts passieren. Und dieses Narrativ, meine Damen und Herren, das war so dominierend, dass man nicht einmal wahrnehmen konnte, wenn die Nordvietnamesen Erfolge auf dem Schlachtfeld erzielten. Erschreckend wird das alles nacherzählt von Mark Bowden in seinem Buch über die Schlacht von Hue 1968, da erlebten die US Marines, also eine Elite-Truppe, sie erlebten, wie sie auf ihrem ureigenen Stützpunkt ausmanövriert worden sind, durch eine Übermacht des Feindes in hoffnungsloser Lage sich befanden. Und als sie das in die Hauptquartiere telegrafierten und sagten, wir brauchen Verstärkung, wir brauchen mehr Leute, dann hat man sie fast ausgelacht, zurechtgewiesen und gesagt, so hört auf, sitzt da nicht faul auf eurem Hintern herum, sondern greift an, ihr müsst angreifen, obwohl sie überhaupt nicht die Mittel in der Hand hatten, um die damals eben in Hue einfallenden Nordvietnamesen zu besiegen. Man wollte und man konnte nicht wahrhaben, dass der Gegner zu einer solchen logistischen Meisterleistung, wie diese Schlacht von Hue auch genannt wurde, dass der Feind, dass die Nordvietnamesen, die Kommunisten, diese unterirdischen Kommunisten, dass die zu so etwas in der Lage gewesen sein könnten. Komplette Verblendung in diesem Moment auf Seiten der amerikanischen Armeeführung. Sie haben sich auch getäuscht um den Faktor 20, was die Feindesstärke angeht. Und solche Abgründe des Irrtums und ja, der Verblendung, die sollten uns eben auch die Augen öffnen, dass wir immer aufpassen, wenn die Emotionen hochpeitschen, eben wenn es Konflikte, wenn es Kriege gibt, dann ist das Hirn des Menschen sowieso etwas angekränkelt, ist es fieberig übersteuert, dann kann es eben zu solchen Irrtümen kommen, auf allen Seiten. Ich möchte hier gar nicht nur jetzt auf den Amerikanern herumhacken, Sie können in der europäischen Geschichte Beispiele zuhauf finden, wo immer wieder genau dieses Muster auftritt. Und was auch inspirierend ist sozusagen als letzte Rückerinnerung, ist natürlich der Journalismus. Das war eine Heldenstunde des Journalismus damals während des Vietnamkriegs und das ist etwas, was mir heute einfach fehlt. Mir fehlt dieser kritische Wille zur Distanz, zur Hinterfragung. Es ist eben dieser sogenannte Haltungsjournalismus, da überall zu beobachten. Die Berichterstatter möchten auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Was für ein Unsinn. Du musst auf der richtigen Seite der Wirklichkeit stehen. Du musst versuchen, die Fakten zu bringen. Und du hast doch einen moralischen Auftrag, um dieses belastete Wort hier zu verwenden. Du hast doch den moralischen Auftrag, immer deiner Regierung zu widersprechen. Das ist der Auftrag. Nicht die Regierungen zu charmieren, ihnen da zu Diensten sein zu wollen. Und das ist für mich heute leider allzu oft das Thema. Oder eben, dass Journalisten einfach das schreiben, was andere Journalisten schreiben, damit sie innerhalb der Szene gut dastehen. Alles verständlich, alles nachvollziehbar. Menschen neigen zu dem. Trotzdem ist es falsch. Und im Vietnamkrieg hatten die Berichterstatter eben noch den Mut, hier wirklich dagegen zu halten, unter Riskierung des eigenen Lebens. Das allerdings nun, Kapitel Vietnam. Fürs Erste wollen wir das ad acta legen. Ich glaube nicht, dass es heute noch eine Sondersendung geben wird. Vielleicht doch. Man weiss nie. Lassen Sie sich überraschen. Aber noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie bereit waren, mit mir sich auch in diese Geländekammern hinein zu bewegen. Doch nun aber die aktuellen Themen des Tages. Grosse Aufregung über die Islamistin Kola Mariam Hübsch, die im ARD-Talk «Hart, aber fair» für Kalifat und Scharia schwärmte. Laut der Bild-Zeitung ist es unfassbar. Sie sitzt seit drei Jahren im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks und berät den Intendanten. Wie kann das sein? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde in der Nachkriegszeit so geschaffen, dass er alle Bürger quer durch alle politischen Lager und Gesellschaftsschichten vertritt. Extremisten sollten ihn nicht mehr kapern können wie im Dritten Reich. Doch jetzt hat es eine Islamistin in den 32 Mitglieder umfassenden Rundfunkrat geschafft, die sich mit ihren Ansichten nach Meinung von vielen Kritikern und Experten offen gegen die Demokratie stellt. 2016 wurde auf Druck der Grünen das Gesetz des Hessischen Rundfunks geändert, damit Vertreter der muslimischen Glaubensgemeinschaften in den Rundfunkrat entsendet werden können. Bisher sassen Vertreter des Landtags und der Regierung, der Hochschulen, der Landwirte, der Lehrer, der Handwerker, der Frauen, der Musiker, der Museen, des Jugendrings, der Beamten, der Unternehmer und der beiden christlichen Kirchen im Rundfunkrat. Neuerdings ist nun also auch der Islamismus, der Kalifat-Islamismus, der die Steinzeitdiktatur nach dogmatischer Zurüstung installieren möchte, in Deutschland in diesem Beratergremium vertreten. Und ich glaube, es geht vielen Deutschen beim Betrachten solcher Fakten wie mir, man hat einfach das Gefühl, dass da der Ideologismus der solchen Entscheidungen, solche Personen in einen Beraterrat, in ein Beratergremium zu berufen, dass solche Entscheidungen einfach hier Dinge zur Kenntlichkeit entstellen, die nur noch absurd erscheinen. Und ich habe das ja in meiner, glaube ich, gestrigen Sendung schon etwas angetönt. Hamburg, dort konnten Islamisten an einer bewilligten Demonstration das Kalifat ausrufen. Gleichzeitig findet ein Prozess gegen sogenannte Reichsbürger statt. Jetzt kann ich Ihnen einfach sagen, von aussen betrachtet, die Bedrohung für die Demokratie, die von dieser Rentnergang der Reichsbürger ausgehen mag, vielleicht gibt es diese Gefahr, kann ja sein, aber sie ist sicher um Welten geringer als das, was an Bedrohungen für die Demokratie von diesen Kalifat-Islamisten zu befürchten ist. Und wenn ein deutscher Verfassungsschutz sich im Zweifelsfall dann eher für den Islamismus als für irgendetwas anderes ausspricht, dann haben sie das Problem, dass eben auch ihre Institutionen zusehends sich zu einer Gefahr für die Demokratie entwickeln könnten. Wir wollen das sehr, sehr vorsichtig hier formulieren. In der CDU formieren sich die Befürworter einer Rückkehr zur Wehrpflicht. Sie stellen sich damit gegen den Willen der Parteiführung. Die Spitze will im Entwurf für das neue Grundsatzprogramm nur die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres verankern. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht oder alternativ die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ist für die Union ein ebenso heisses Eisen wie für die Ampelkoalition. Ein Thema, das einen Grossteil der Familien betrifft, das gegebenenfalls Lebensplanungen verändert, das Ängste schürt und Wahlkämpfe entscheiden kann. Es geht um sehr viel. Insofern kann man sich tatsächlich wundern, dass das Wort Wehrpflicht im Entwurf für das neue Grundsatzprogramm der CDU bisher nicht einmal fällt. Stattdessen spricht sich die Unionsspitze darin eher vage für die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres aus, das auch den Streitkräften zugute kommen soll. Hört sich friedlich an, reicht aber angesichts der weltpolitischen Lage kaum aus. Diese Ansicht vertritt jedenfalls Johann Wadepul, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, zuständig für Aussen- und Verteidigungspolitik. Auch CSU-Chef Markus Söder hat sich bereits für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Jedes Land hat eine Armee, entweder eine eigene oder eine fremde. Die Idee des Bürgersoldaten, einer allgemeinen Wehrpflicht, ist eine aus meiner Sicht sehr wertvolle Idee und sehr wertvolle Einrichtung im demokratischen Staat, weil sie zeigt, dass eben der waffenfähige Bürger im Zentrum der politischen Ordnung steht. Und der waffenfähige Bürger ist auch der Bürger, der von den eigenen Obligkeiten nicht so leicht manipuliert und herumkommandiert werden kann. In vielen Ländern, auch in den Vereinigten Staaten, hat in den letzten Jahren entweder eine Tendenz zur Abschaffung der Wehrpflicht stattgefunden oder aber zur Professionalisierung der Wehrpflicht, das geht dann Hand in Hand. Sie haben dann Profiarmeen, sie haben Berufssoldaten und diese Berufssoldaten bekommen ihren Sold, ihren Lebensunterhalt vom Staat. Das heisst, das sind auch Armeen von Staates Gnaden, die dann eben auch im Konfliktfall, innenpolitisch für Regierungszwecke instrumentalisiert werden können. Eine Bürgerarmee ist eine demokratische Armee im besten Sinne des Wortes und als bürgerliche Partei sollte man sich meines Erachtens in Deutschland zwingend für dieses Milizsystem, für diesen Milizgedanken einer allgemeinen Wehrpflicht aussprechen. Das hat für mich nichts mit Militarismus zu tun, das ist für mich demokratisches Engagement. Das heisst auch, dass die jungen Soldaten sich da über unterschiedlichste Gebiete und Gefilde kennenlernen können. Die Armee ist auch ein Integrationsinstrument, übrigens auch für Eingebürgerte. Und wenn sie das nicht mehr haben, verlieren sie hier etwas. Und gerade Deutschland wirkt heute in vielerlei Hinsicht nicht besonders gut integriert. Das gilt ja auch für die beiden Landesteile Ost und West. Und eine Armee, eine Bundeswehr, die hier mit einer allgemeinen Wehrpflicht die jungen Deutschen wieder zusammenbringt, ihnen gemeinsame Erfahrungen verschafft, wäre meines Erachtens etwas sehr Bedenkenswertes. Darüber sollte man sich vielleicht ein paar Gedanken machen. Vertritt die SPD die Interessen der Arbeiterschaft in ausreichendem Masse? Dieser Frage ging das Meinungsforschungsinstitut Kiwei nach. Und die Resultate sprechen eine deutliche Sprache. Weit über 50% sind der Meinung, nein, auf keinen Fall. Stand gestern Nachmittag waren es 56,4%. 16,4% sagen eher nein. Nur gerade jeder Fünfte beantwortet die Frage mit ja oder eher ja. Mit ja 9,6%, eher ja 11,2%. 6,4% sind unentschieden. Jetzt gehen die Studierenden an der University of California in Los Angeles gewaltsam aufeinander los. Laut CNN brachen die Auseinandersetzungen zwischen Pro-Palästina-Demonstranten und Pro-Israel-Demonstranten gestern Morgen los. Die Polizei griff auf Bitte der Universitätsleitung ein. Die Fernsehbilder zeigen, wie die Studenten mit Stöcken hantierten, sich mit Gegenständen und Feuerwerkskörpern bewarfen. Also ein Feuergefecht unter den Studenten und Metallbarrieren niederdrückten. Es handelt sich um einen gewaltbereiten Block, während die Mehrzahl der Demonstranten die Gewalt ablehne. Ein Gebäude der Columbia University in New York ist in der Nacht auf den Mittwoch von der Polizei geräumt worden. Jüdisch-amerikanische Kommentatoren, darunter hochintellektuelle Persönlichkeiten, sprechen in den ehrenbürgerlichen Medien der Vereinigten Staaten von einer Hitlerjugend, des Antisemitismus, die sich jetzt auf amerikanischen Universitäten ausbreite. Solche Worte werden da verwendet. Ich schrecke immer etwas zurück, wenn man in diese Rhetorik einsteigt, aber ich nehme Sie hier einfach einmal zur Kenntnis als Beispiel dafür, wie das auch eingeschätzt wird. Und wenn Sie sich da die entsprechenden Wortmeldungen anhören, etwa von Alan Dershowitz, dem früheren Harvard-Professor und sehr bekannten Anwalt, oder von Mark Levin, einem der bekannten Talkshow-Gastgeber des Landes, ja, dann hat das schon etwas sehr, sehr Eindringliches und Plausibles, wie das dargestellt und kritisiert wird. Und ich bringe in diesem Zusammenhang noch einmal den Gedanken, den ich gestern kurz skizziert habe. Vielleicht wäre heute gar keine so schlechte Zeit, Universitäten neu zu gründen, gerade in den Vereinigten Staaten, wo diese Ivy League-Institutionen, diese Elite-Universitäten, nun derart im Beschlag genommen werden von Ideologen, und zwar auch auf Seiten der Schulleitungen. Also die ganze Verideologisierung, die Verpolitisierung des Lerninhalts, ist doch eine Gefahr für die Bildung, ist letztlich eine Gefahr für die Qualität der Ausbildung. Und wenn man da Universitäten dagegen gründete, jetzt nicht mit einer Anti-Ideologie sozusagen, machen Sie einfach das Gegenteil mit umgekehrten Vorzeichen, oder das Gleiche mit umgekehrten Vorzeichen, das wäre nicht die Lösung. Man müsste einfach eine, ja, sachliche Schule gründen. Rückkehr zur Sachlichkeit, das wäre hier die primäre Forderung. Und auch ein interessanter Gedanke, der jetzt in der ganzen Kritik an diesem Universitäts- und diesem Studentengebaren zu hören war, aber das hat der, glaube ich auch, der Mark Levin oder ein anderer Kommentator gesagt, das ist die zukünftige Elite der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind Absolventen der besten Schulen des Landes. Das heisst, die werden irgendwann in der Politik, in der Armee, in der Wirtschaft eine ganz wichtige Rolle spielen. Und deshalb sind natürlich vor allem auch die jüdischen Amerikaner sehr alarmiert, wenn da also auf den Universitätsschulhöfen geschrien und gerufen wird, wir sind Hamas und man müsste den Israeli jetzt erst recht und so weiter, all diese Kampfparolen, die da ausgehen. Natürlich ist dieser Krieg aufwühlend und selbstverständlich kann man die israelische Kriegsführung auch kritisieren, aber hier mischt sich doch ein Ton hinein, der geradezu unamerikanisch wirken könnte. Und eben das ist die zukünftige Elite des Landes, das haben diese Kommentatoren auch scharf betont. Und einer hat auch gesagt, wir machen so ein unglaubliches Theater um den 6. Januar 2021 und diese Ausschreitungen oder da, wo die sogenannten Proud Boys in Erscheinung getreten sind, aber das seien ja quasi die Loser der amerikanischen Gesellschaft, das seien ja Unterschichtenthemen gewesen und man habe da etwas verwüstet. Das sei zwar auch zu beklagen, aber viel schlimmer sei doch, wenn die zukünftige Elite des Landes sich dermassen ideologisch radikal da von ihrer schlechtesten Seite zeige. Und ich glaube, dieser Gedanke ist es wert, auch noch etwas länger im Bewusstsein gehalten zu werden. Dieser Gedanke, ja, der ist auch bedenkens- und nachdenkenswert. Meine Damen und Herren, das war es für heute. Oh, fast hätte ich noch vergessen, eine ganz wichtige Mitteilung. Heute erscheint die gedruckte Weltwoche. In der Schweizer Ausgabe habe ich darauf hingewiesen. Hier habe ich mich da gleich in die Vietnam-Thematik hineinbegeben. Ja, heute erscheint die neue Weltwoche übrigens mit einem ganz tollen Autor unserer Titelgeschichte. Der Westen, Aufstieg oder Fall, der Westen an der Weg scheide. Jörg Friedrich, der Bestsellerautor, der grosse Kriegshistoriker, das Gesetz des Krieges, der Brand, 14, 18, seine sehr angesehenen und auch debattestimulierenden Werke aus den letzten Jahren. Ich habe grosse Freude, dass Jörg Friedrich hier als Autor für die Weltwoche in Erscheinung tritt. Und die Pointe ist, dass Jörg Friedrich viel von dem, was ich über den Ukraine-Krieg sage, absolut daneben findet. Dass er sagt, da läuft es ihm nur noch kalt den Rücken hinunter, wenn er mir da zuhört. Umso erfreuter bin ich, dass er da eingestiegen ist auf unsere Einladung. Ja, seine Sichtweise, seine Sicht auf diesen geopolitischen, auf dieses Dohuwabohu da einmal auszubreiten und Ihnen darzulegen. Ich freue mich herzlich willkommen unserem neuen Autor. Und Ihnen wünsche ich viel Vergnügen mit der Lektüre und einem wunderschönen Tag. Und noch einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie da mitgemacht haben auf diesen ungeplanten Expeditionen in Süd- und Nordvietnam, um diese alten Bezeichnungen hier noch einmal aufleben zu lassen. Ab morgen dann wieder Sendungen. Ich weiss nicht von den Flugzeiten, ob ich es überhaupt schaffe, wenn ich da ankomme, noch eine Sendung einzustreuen, denn wir fliegen über die Nacht. Wir werden sehen. Allenfalls darf ich Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende wünschen. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Vielen Dank, macht es gut und ich melde mich zurück.